Ein wunderschönes Hallo bei Rising World. Ich habe mal ganz kurz den Ofen angemacht, damit wir nicht erfrieren hier zwischen den Folgen. Und zwischen den Folgen habe ich auch was herausgefunden. Man kann... Kuschel, kuschel. Wenn du ein Stack über einen Slot, einen leeren Slot hovers, also du nimmst einen Stack, hoverst ihn über einen leeren Slot und drückst rechte Maustaste. Äh, warte. Rechte Maustaste? Ja. Äh. Was noch? Passiert was? Nein, also du nimmst, du klickst mit der linken Maustaste auf den Stack, hoverst irgendwo über einen leeren Slot, mit gedrückter linker Maustaste und drückst rechts. Dann hast du schon mal ein Ding. Einen einzelnen. Ja, das ist schon mal. Und wenn du dann nochmal rechts klickst, dann kannst du nochmal den Stack vergrößern. Das ist doch schon mal wunderbar. Das ist doch schon mal sehr gut. Schön, dass wir jetzt schon herausgefunden haben. Ja, Mensch, toll. Sehr gut. Richtig klasse. Ich könnte mir vorstellen, es wäre ratsam, wenn wir uns Klamotten machen könnten. Ja. Okay, ich guck. So, was machen wir denn da? Eine Hose wäre ja auch mal schön. Hosen. Ich glaube, Pudelmützen würden uns das... Ne, ich möchte erstmal eine Hose haben. Ich kann mir das nicht länger angucken, ne? Ähm. So, was braucht man denn dafür? Stoff. Ich hab nicht mehr so viel Stoff. Dann machen wir das doch mal. Geh weg da. Geh weg da. Du störst. Du machst das. Ich mach das. Brauchst du noch irgendwas? Ach, nö. Das ist eine Menge Stoff. Nö, ich mach das. So. Ich hätte aber gerne eine Lederhose. Dann kannst du Leder gerben. Okay, dann mach ich das. Warte. Wo bist du? Wo bist du? Hier unten. Wo bist du hier unten? Ja, du kannst das nicht so ohne weiteres. Warte. Guck hier. Da. Hab dir mal ein Messer zugeworfen. Hoffentlich hast du es nicht mit dem Kopf gefangen. Neben dem Auge. Oh ja, das ist gut. Dann viel Spaß beim Leder gerben. Äh, ne. So, ne. So, ja. Schön. Äh, mach ich das richtig? Ich soll jetzt an dem Ding hier rumkratzen, oder wie? Was hängt denn da? Eine Kuh. Ja. Ja, dann kratz doch mal an dem Ding da rum. Was wird immer brauner? Ja. Ist das schlimm? Weiß ich nicht. Nö, du machst halt einfach Leder. So. So. Sehr schön. Aber warum möchtest du? Ja, ich glaube ich bin fertig. Das ist wunderbar. Zack. Dreimal Leder. So. Hm. Es ist auch schon Leder da. In der Kiste. Nimm dann nochmal das Leder mit. Was in der Kiste ist. Welche? Geh nochmal zurück und hol das Leder aus der Kiste. Der Kiste geh ich ans Leder. Der Kiste. Ja, genau. Mach das mal. So. Fleisch. Nein, die Kiste an dem Rack. Äh, nein. Ach so, an dem Rack. Ja. Draußen meinst du. Alles Design nach. Wildschweinfell. Da ist Leder. Wildschweinfell. Rehfell. Leder. Elchfell. Ja, kann man nicht aus dem ganzen Bärenpelz, kann man nicht aus dem ganzen Pelz und Fell auch was Schönes machen? Nee. Du brauchst, also du hast bisher nur Leder oder Stoff. Und du machst ja aus dem Fell nur Leder. Das ist ja, das ist halt das Blöde. Ach so. Ja. Das ist ja Mist. Dann muss ich erstmal ein neues Kuhfell aufhängen, das wird auch mal. Du kannst ja einfach, mach doch einfach Leder. Hab ich doch. Ich wollte doch erstmal das aufhängen. Ach so, das geht sofort, das müsste erst trocken. Nein, ach so, okay, ja. Nee, warte. Nee, ja. Ach so. Genau. Ja. So. Brauchst du jetzt schon Leder? Oder soll ich es erstmal machen? Du wolltest doch eine Lederhose haben. Dann mach Leder. Ja, dann kann ich dir auch eine Lederhose machen. Ja, ja, ist ja gut. Ich mach hier schön fleißig Leder. Ach Mensch, was mach ich hier Leder? Mach mal Leder. Ich leder hier sowas von was zusammen. So, schön. Wieder ein Fell rausgenommen. Ehrlich, toll. So. Dann haben wir nämlich das. Hm. 60. Das ist halt Stoff. Hauptsächlich, das ist Blödsinn. Ja, nee. Genau. Wir brauchen 16 Leder. Mhm. Wie viel Leder hast du? Warte. Ich mach gerade noch eins fertig. Wahrscheinlich acht oder neun oder was. Okay. Oh, nein. Oh, ich hab's überlebt. Sehr gut. Ähm, war hier schon... Was ist das eigentlich hier für ein Messer? Ist das jetzt extra ein Ledermesser? Das ist ein Jagdmesser. Ein Jagdmesser. Oh Gott. Weil da hätte ich auch noch eins aus Holz gehabt. Darf ich mal ausprobieren. Nee, warte mal. Ein Holzschwert ist das. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich probier's mal aus. Bist du mit dem Holzschwert noch? Gadoffel. Hm. Mit dem Holzschwert? Hm. Oh, nein. Nicht so gut. Hm. Hat sich nicht so gut angehört. Äh, das ist doch super. Genau. Dann hab ich das beim letzten Mal tatsächlich falsch gemacht, dass ich da einfach geerntet habe. Äh, also nicht einfach geerntet habe, sondern mit der Sichel geerntet habe. Und das ist halt... Da kriegt man halt jedes Mal Setzling raus. Wenn man das möchte, ist das ja gut. Aber das braucht man nicht immer. So, 17 Leder hab ich jetzt. Sehr gut. Gib mal her. Oder schmeiß in die Kiste rein. So, nehm ich noch ein bisschen was raus. Wildschweinfell. Schmeiß eigentlich. Nein, da hab ich noch genug von. Achso, hast du schon. Sag mal, da. Ich schmeiß dir auch was rein. Bitteschön. So. Warte. Ja, jetzt. Bleib doch da dran hängen. Hm. So. So. In die Kiste. Oh, eine Mütze. Ja. Äh. Wie zieht sich die jetzt an? Das frage ich mich auch gerade. Ah. Du musst es einfach... Dämmung 50. ...einfach links in das Bild schieben. Achso. Wo ist mein Bild? Im Inventar. Hm. Dann schmeiß ich dir die mit rein. Und so musst du in dein Inventar. Und dann hast du... Also in den Rucksack. Dann hast du ja dein Bild links. Nee, ich hab da irgendwie... Ach, da. Dieses Inventar. Ich war in der Kiste noch. Und dann ziehst du es direkt auf das Bild. Mensch, toll, wie das aussieht. Und dann siehst du genauso Fisch aus, wie ich jetzt hier auch. Halte RMB zum Drehen. Ja. Rechter Maus-Button. Ah, rechter Maus-Button. Jetzt sind mal richtige Zwillinge. Guck mal. Ja, wie schön. Ja. Oh Mann. Vor allem voll die Checkerhosen hier. Ja, richtig schön. Baggy, ey. Cool. Da wollte ich das Zeug da reinschmeißen. Und ich brauche noch eine Kiste, sonst wird das gar nichts. So. Mach noch eine. Leder. Dann habe ich da Leder. Das fertige Leder. Nee, das ist eigentlich blöd. Das können wir auch unten lassen. Ja. Ups. Das ist echt witzig. Also, wie sie das hier machen. Manche Sachen würde ich dann doch noch so hinbekommen. Du händisch dran rummachen musst, ne? Du musst nur den Mühlstein drum rumlaufen. Den Messer am Leder rumkratzen. Ja, das ist irgendwie cool. Oder am Fell rumkratzen. Das hat ein bisschen was, muss ich tatsächlich sagen. Ja, das meinte ich ja eben auch schon bei dem Mühlstein, dass man nicht einfach nur einen Knopf drückt und dann ist es gemacht, sondern tatsächlich auch noch was machen muss. So. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Das wäre schade. Passt das? Ach, das passt auch noch hier hin. Uh. Hola. Gut. Dann haben wir das. Dann mache ich mir noch eine Kiste. Was brauche ich für eine Kiste? Das ist die Frage. Geh mal das mal mit. Geh mal das. Ich hoffe, die Bäume werden endlich mal fertig. Ja. Mit fertige Bäume. Keine Ahnung. Wir brauchen Holz. Ich brauche Holz. Bauelemente. Wo haben wir das? Kisten. Vielleicht findet man auch bei einer Wanderung mal einen Wald. Kann der einfach platt. Ja. Holz. Holzbalken ist nicht das Richtige. Rohstoffe. Holz. Das reicht mir jetzt ja nicht, oder? Nö. Reicht mir nicht. Ich kann mir keine Kiste machen. Hm. Hä? Ich habe da eine ganze Rohstoffkiste. Nee. Mit Holz drin. Beim Grill steht die. Nee. Es gibt einen Unterschied zwischen Baumstamm, Holz, Holzplanke oder Stock. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, was da alles drin ist in der Kiste. Nee, die steht davor. Und so. Ach so. Ja. Habe jetzt Holz gemacht, aber das reicht nicht. Aus. Das ist blöd. Ähm. Aber Moment. Dann nehme ich mal die Axt mit. Ups. Sorry. Ich habe gerade, glaube ich. Ich darf manchmal das Bild nicht so schnell drehen. Sonst wird dem lieben Zuschauer schlecht, glaube ich. Das ist nicht so nett. Haben wir hier einen Baum, der fertig ist? Woran sieht man, dass er fertig ist? Das ist die nächste Frage. Ich versuche gerade mal, einen Baum zu fällen, ne? Jo. Baum fällt. Sehr langsam. Aber er fällt. Kann ich ihn so auseinandernehmen? Jetzt hängt er da. Oh. Ja. Na toll. Ist in die schöne Mine gefallen, die ja so super sinnvoll ist. Ja. Zumindest teilweise, ne? Ich glaube, ich habe alles. Okay, der war schon mal fertig, der Baum. Das ist ja schon mal gut. Dann nehmen wir den auch nochmal mit. So. Ich gucke aber ganz schnell nach. Wie sieht das Fleisch aus? Ist das... Alter! Was hast du da alles drauf gelegt? Ein bisschen was zu essen! Junge, Junge. Ist noch roh. Brauche also noch. Äh. Wir machen mal ein bisschen was zu essen, wenn wir es haben. Wir machen mal ein bisschen was zu essen, wenn wir es haben. Na. Komm her. So. Wo sind jetzt die... Hm. Da konnte ich doch noch was aufnehmen. Wo sind die Setzlingen? Trö. Welche? Ja, die vom gefällten Baum. Hm. Sind jetzt verschwunden. Aber gut, davon... Ah! Weidensetzling. Hä? Das war doch eine Birke, die ich auseinandergenommen habe. Ach nee, jetzt habe ich die. Wir müssen das mal... Ich sortiere das demnächst auch mal sinnvoller. So. Wie sieht das Essen aus? Noch nicht fertig, ne? Nee. Schade. Ich hänge hier rum. Das ist echt so hoffnungslos überladen. Quatsch! Das ist gut so. Alter. Ganz normaler Grill. Ja. Weiß nicht, was du hast. So. Jetzt habe ich mir das Holz genommen. Das müsste doch jetzt reichen für eine Kiste immerhin. Oder? Kiste. Mache ich eine Kiste groß oder eine Kiste? Ich mache eine Kiste Mistel. Ich mache eine Mistelkistel. Wann ist das Sprachzentrum auch einfach überhaupt nicht da. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Das müssen wir alles ein bisschen schicker machen mit dem Feld. Aber auch nicht sofort. Das heißt, die Kiste setze ich erstmal hin, damit wir das halbwegs sortiert bekommen. Ähm. Grid. Na ja, setzen wir es da hin. Das sollte passen. Ähm. Bei der mittleren hat man auch drei Plätze frei. Das ist ja komisch. Aber gut, dann haben wir eine Reihe Plätze frei. Das stört mich nicht. Dann machen wir da das. Dann machen wir dieses. So. Blaue Blume. Was ist das eigentlich für ein Fensterrahmen geworden? Ist das eher zu gut? Oder ist das offen? Was ist das überhaupt? Was soll das bedeuten? Ähm. Die Blumen kann ich da lassen. Die kann ich nämlich nicht anbauen, soweit ich weiß. Hm. Nichts. Oh, dann nehme ich nur die Sitzlinge raus. Eigentlich ist das ein Humpen. Hier das Fleisch. Ist das fertig? Ja, guck doch mal. Hüppchen roh. Ne, ist nicht fertig. Schade. Es sei denn, sie sehen unterschiedlich aus. Ich hatte nämlich eins auch nochmal wieder runtergenommen. Ähm. Ich guck's mir gleich mal an. Ja. Erdbeeren. Davon haben wir keinen Sitzling, glaube ich. Also wenn du einen Erdbeersetzling findest. Nö. Die brauchen noch. Die sehen noch gleich aus. Das Huhn brauche ich auch noch. Hm. Lass mal, lass mal so weiter gehen. Du hattest Halterung, oder? Fackelhalterung. Warte ich, ja. Kannst du mir welche geben? Ja, warte. Das ist ein Bogen. Das ist ein Hammer. Ne, sonst gibt's an. Glaube ich nicht. Pack welche in die Kiste. Warte mal. Pack ich die in die Kiste. Dann renne ich dir extra hinterher. Muss jetzt suchen, wo du's in die Kiste reinpackst. Jetzt wieder einfach. Nein, nicht alle nehmen. Ich wollte sie gerade noch teilen. Warum machst du's denn damit? Ich geh den Part zurück. Manchmal verstehe ich nicht, warum du das so umständig machst. Hättest du auch einfach im Handel machen können. Jetzt nimm das nicht sofort raus. Warte mal. Jetzt hast du es sofort wieder genommen, ne? Wie viel waren das denn jetzt? So, da. Ich wollte's schön halbe halbe machen. Wollte's mir 60 gegeben. So. Jetzt darf ich F1 drücken. Warum durfte ich das vorher nicht? Ich hab nur zwei bekommen, aber ist egal. In der Kiste sind da welche drin? Dann muss ich nochmal raus. Dann müssen wir da rein. Müssten welche drin sein? Doch, jetzt sind's ausmalen. Ja, okay. Jetzt sind's acht. Na, alle. Wunderschön. Sehr toll. So, was für einen Stein haben wir denn hier? Hä? Stein? Ja. Stein. Achso, ja, Stein. Sag ich doch. Hä? So, jetzt hab ich hier auch ein bisschen Licht. Ist auch nicht verkehrt. Hm. Warum, warum das nicht geht? Ähm. Komm ich da dran? Komm ich an die Kiste? Ja, ich komm an die Kiste. Dann stibitze ich nämlich wirklich mal alle Setzlinge. Und den Rest lass ich drin, damit ich da irgendwie nochmal zurande komm. Sonst ist das doof. Gut. In der Kiste hier in der Ecke haben wir jetzt eigentlich nur noch Lebensmittel drin und ein Paket Bandagen. Mhm. Mhm. Das ist ja schön. Ja. Und ich denke, so können wir das dann auch aufteilen, dass wir halt hauptsächlich Lebensmittel drin haben. Wäre ja nicht verkehrt. Ähm. Genau. Davon habe ich jetzt ein paar. Das heißt, die Karotten kann ich so ernten. Das sollte gehen. Genau. Wunderbar. Na komm. Karottenernte. Eins der schwierigsten Unterfangen, die man haben kann. Ähm. Ja. Du ahnst ja nicht, wie schwierig das ist. Ähm. Das quillt jetzt schon über. Oh gut, dann schmeiße ich da nochmal Karotten rein. Hm. Jetzt habe ich die Baumwollsetzlinge ein bisschen blöd gesetzt, habe ich das Gefühl. Mh. Salat hatte ich gar nicht mehr so viel, ne? Kartoffel. Das ist Zuckerrübe. Okay. Den Rest. Ja, bis auf den Baumwollsetzling. Den Rest ernte ich so. Dann kriege ich die Keimlinge wieder. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Was ist das? Kartoffel. Hat die Kartoffel nicht auch zuhauf? Ja, das geht. Kann ich erstmal so ernten. So. Dann ist es aus dem Weg. Oh, Zuckerrübe geerntet. Nicht gut. Was machst du Schönes? Ne, ich bin nur überlegen, wie wir das hier... Das Haus bauen. Ja. Das sollten wir mal irgendwie erweitern. Finde ich. Erweitern? Oder halt zumindest den Teil fertig bekommen, weil das Dach ist ja da auch so halbfertig irgendwie. Das meine ich so. Erweitern. Hm. Ach so. Abschließen. Ja, so könnte man es jetzt auch nennen, wenn man will, aber ich bin für Erweiterung. Okay. Abschließen hat so was Endgültiges. Erweiterung hat so einen Fortschritt nach vorne, ne? Das ist zukunftsgerichtet. Ja. Absolut. Ich würde gerne überhaupt in einem anderen Ton weitermachen irgendwie. Also andere Steinsfarben. Steins... Was? Ja, Gesteinsfarben. Ach so. Wie wird denn dann färb mal? Oh, das sieht ein bisschen kacke aus, wenn das alles in einer Farbe ist hier. Du kannst ja die, ähm... Ach Mist, wie hießen die? Die Schnecken. Woraus da dieses Zeug gemacht wurde. Kannst du die sammeln gehen? Weiß nicht, wovon ich rede, ne? Ne. Ach so. Auch nicht so wichtig. Ne. Ich... Ich hole mal den Hanf ein, ne? Also... Viel Spaß. Hanfernte hier. Schön. So, da nochmal. Ah, da habe ich noch eine, ne? Ach so. Okay. Und ich merke, ich darf nicht so übereinander oder aneinander setzen. Das ist nicht gut. Hanf... Senzling vor allem. Ja, 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 ja. Das klappt einfach. Ja, ja. Könnte meine, ich hätte da probiert beim Ernten. Qualitätsprobe gemacht. So. Das Schöne ist nämlich... Ich bin aus der Seine ins Loch gefallen. Tja. Aus der Kindheit kommt man nie wieder raus, sozusagen. So, was sagt denn unser Fleisch? Oh, das eine scheint fertig zu sein. Verbrannt. Rippchen und Hähnchen verbrannt. Du standest doch die ganze Zeit da. Nein. So. So, kannst du gleich da runterwerfen. Ja, deswegen haben wir extra ein Loch gebaut. Na gut, ich habe es aber auch vergessen, tatsächlich. Ja, bist. Das ging ja schnell. Kannst du dich jetzt irgendwie noch essen? Kannst du sicher. Probier es mal. Du hast ein verbranntes Hähnchen gegessen. Du wirst sterben. Willst du das Rippchen haben? Ich nehme... Isst du ruhig. Ich nehme mir dann das Fertige, wenn das soweit ist. Oh. Hm? Da? Geht sie nicht gut? Rippchen? Ja, nee, nicht so. Du meinst einen Kohlebrik? Probier mal, ob du sie hier reinschmeißen kannst in den Ofen. Ich habe übrigens Erz gemacht, als wir uns gewärmt haben. Ja, schön. Ne? Oh, Mann. Oh, irgendwas zieht mir Helf ab. Echt? Ja. Verdurstest du? Ich glaube, ja. Warte mal, ich muss jetzt erst mal, wenn ich was anderes esse. So. Warte mal. Oh, ich habe Wassermangel, merke ich. Naja. Ich werde wohl durch, wenn man so ein verbranntes Hähnchen futtert. Hm. Gutmöglich. Ich auch. So. Machen wir nämlich hier so einen Spalt. Noch mal Platz. Dann überhaupt. Wachsen die nicht so übereinander. Ist ja auch nicht schön. So. Ups. Okay, das heißt, du hast das Räbchen nicht im Auge. Da muss ich drauf achten. Ich habe es jetzt im Auge gerade, ja. Okay, gut. Man könnte doch einfach Smart Home Timer App was einstellen. Oh nein. Leider nicht in dieser Welt. Hm, ja. Vielleicht haben wir das ja noch nicht gecraftet. Das ist, ähm... Genau. Der Räbchen Timer. Das Grillthermometer. Maiskass. Dann setze ich die doch lieber hier hinten hin. Und irgendwann muss ich das nochmal erweitern. Einfach irgendwie schöner, sinnvoller machen. Aber erstmal machen wir das so. Genau. Zum Beispiel Tomaten da hinten. Die kann ich da abziehen und da eigentlich hinsetzen. Das ist eigentlich Humbug, dass ich die da hingesetzt habe. Tomatenkeimling. Tomatenkeimling. Tomaten... Na. Tomatenkeimling. Und die Baumwolle kann ich dann eigentlich direkt an die Wand setzen. Das bringt Soja auch nix. Ha. Soja. Ja, genau. Oh, Mann. Äh. Ja. Soja, 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 soja. Du hast das Rippchen im Auge, ne? Ja. Ja. Ich hab mich nur mal kurz weggedreht. Also wenn's jetzt fertig ist... Ja, ich weiß. Ist meins. Aber es sieht gut aus. Von welchem Tier war das denn bitte? Das seh ich jetzt nicht so genau. Ist auch nicht wichtig. Ich schiebs mir jetzt... Alter, wie das... Alter, wie das aussah. Hast du das Ding richtig wie so ein Handy jetzt vorgehalten? Ja, die Animation war jetzt so... Da klatscht ich schön hier so ein T-Rex-Rippchen um die Ohren echt halt. Das Fett-Von. Schön. Einfach mal so ein kleines Riebchen gegessen. Jetzt geht's mir auch besser. 9,90 gesättigt bin ich jetzt. So, so in Ordnung. Ja, schön. Kann man den Grill auch ausmachen. Oh, Mann. Ja, gut. Dann hab ich jetzt mal ein bisschen mich um den Garten gekümmert. Und es hört nicht auf. Jetzt sind die Kürbisse fertig geworden. Oh, Mann. Mann, zum Garten aber nur... Ja, das ist schlimm. Also, ich muss dann vermutlich einfach nochmal die Baumwolle umsetzen, weil so wie sie da steht, ist das nicht so gut. Vielleicht setze ich das Ganze sowieso auch nochmal komplett woanders hin. Zumindest mache ich einen schöneren Gartenzaun. Das hätte ich eigentlich gern. Und ein bisschen mehr Platz. Vielleicht nach da hin ausweiten. Damit die Sachen sich nicht so überlagern. Und eine schöne Baumplantage. Also eine schönere als das, was wir da bisher haben, möchte ich mal ansetzen. Und dann kriegen wir hoffentlich auch irgendwann mal Holz wieder rein. Das wäre auch ganz gut. Aber dann müssen wir mal gucken. Pläne, Pläne, Pläne. Schaffe, schaffe, Häuslebau. Das musst du übrigens. Aber das kannst du machen. Können wir gucken. Können wir auch zusammen dran arbeiten. Je nachdem. Ich weiß halt nicht genau, was du da vorhattest. Kann ich erklären. Oder wir suchen halt nochmal Strand. Wir können das ja auch im Wechsel machen. Das können wir auch gleich machen, ja. Können wir mal gucken. Sehen wir in der nächsten Folge. Deshalb, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Euer KVN.